Willkommen zur nächsten Nebenaufgabe und zwar wieder hier oben. Das ist der Stempelmann. Der friert ganz schön. Ich war's. Ach so, das Ding hat die Stempelstationen verschluckt. Also schließe ich den Riss, kriege die Stempelstation und meinen Stempel. Und dann hat man sogar zwei Aufgaben. Drei Stück sind's. Zwei Nebenaufgaben praktisch schon abgeschlossen. Der Hebraberg irgendwas. Ich hab's zu spät gelesen. Da haben wir den ersten. Hm. Und dann geht's ja auch nicht weiter. Hm. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Nein. 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 Ah, dann ist links einer und geradeaus ist noch einer. Einen kann ich noch. Ähm. Da ist er. Attacke. Hier brennt alles nieder. Macht alles zum Schmelzen. Hier brennt alles nieder. Und hier ist dann der letzte. Ich kann ihn nicht verschieben. Dann geh ich hier lang. Ich schwimme einfach vorbei. Kann ich die innen? Hä? Da ist der letzte. Ähm. Gut. Das wird wieder ein bisschen interessanter. Irgendwas. Was hab ich denn noch? Was hab ich noch? Den Hai, den... 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 Den Bombenfisch. Bomben... Fisch. Fisch. ja jetzt jetzt fängst du an komm schon sollst du es doch hier irgendwo stück runter jetzt jetzt ja wieder zwei stück es müsste ja jetzt zwei aufgaben es ist ja der driss sein und stempel muss man beide gleichzeitig abgeschlossen haben und ich glaube dann habe ich sogar die karte voll die stempelkarte das schwarze dingsbums ist weg auf zur stempeljagd ne einer fehlt noch ok das war es dann auch hier mit diesem video bis zum nächsten mal ja ja